Willkommen zu einem neuen Video! Heute wieder! Geil was! Und Leute, wir machen heute die Only MLG Challenge! Und diese Herausforderung kann ich nur mit einem besonderen Kit annehmen. Und zwar mit dem MLG-Kid! Ja! Das MLG-Kid hat natürlich auch sehr gut gemacht! Seine besonderen Werte, denn es startet mit 4 unfassbar schönen Druckplatten der Wundervolligkeit Druck like a lie! 6 unfassbar geiles Cockweb Schön für besondere Partyfeiern 16 TNT Hm, sprenghaft! Und natürlich, finally, ein Wassereimer! Also irgendwie haben wir jetzt nicht so krassen Stuff aus den Kisten bekommen? Jo, da haben sie recht! Oh Gott, Junge! Junge, da kommt jemand! Schnell weg hier! Hä? Reißt du euch fragen, warum hier nur ein TNT ist? Mit dem MLG-Kid auf dem Busy-Server musst du nur so ein TNT machen und dann fliegst du schon across die Web, Leute! Das ist ja ja wie es ist! Fuck, 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 fuck! Und... Alter! Ja! Hä? Was war das denn? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Leute, ich weiß nicht... Irgendwie... Irgendwie habe ich so ein... Unnormal... Schwangendes Gefühl, was... Was ist denn das? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie... Irgendwie... Wir das Busy-Team haben dir sowohl den Rang als auch dein MLGG ernommen und du kannst dagegen nichts machen! Was? Das Busy-Team hat mir nicht nur den Premium Plus Rang gezogen, sondern auch meine MLG-Fähigkeiten! Nein, das lasse ich nicht zu! Ihr könnt mir vielleicht meinen Rang erziehen, aber nicht den MLG! click! stack2 stack1 stack2 stack2 stack1 stack2 stack3 stack3 stack2 Ich hab's schon mal gesehen. Ich hab's schon mal gesehen. Baby, kannst du sehen? Was ist ein Kampf? Musik 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 F***! 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 David, door schloch. Ich weiß nicht ob du Zeit hast. Aber wenn du Zeit hast, weil ich brauch ein ultra nicer Yunnel. Ja, dann schreib mir. Tschüss. Doorsschloch. Alter, ich bin, ich bin original Henises und meine, die sind total. Infine the official version of the video. Ich denge gerade noch. So hoch. Hallo. Abonnierst alle Ben Julian. Das solltet euch auch vor dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt sie mit einer Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Und dann würde ich euch einfach mal sagen, haut rein, macht's gut und ciao.